Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Eidoskilling, weiter geht's, wir sind bei den 9 Millionen Kupfer jetzt endlich angekommen Und geben ihm natürlich seine 9 Millionen, die er haben möchte, bitte sehr Und was möchtest du noch haben, 1 Millionen Schuhe, die haben wir auch schon, wir haben 25 Millionen davon Wow Although he may never recover, you did your best to help the diamond Okay, das ist ein sterne Mensch gewesen, der ist, ich weiß gar nicht, wo sind wir hier eigentlich, in einem Magen? In einem Maul, deshalb haben wir gestorben Und er gibt uns seinen Segen, Offline Fishing gibt uns 96% mehr Fishing-Erfahrung und wir sammeln 96% mehr Fische Das ist viel, Leute, ne, wenn wir jetzt sehen, wir haben, ich glaub, lass mich nochmal ganz kurz nachgucken Ich glaub, vorher waren es 4000, ich glaub, das ist schon mit eingerechnet, ne Wenn ich dann nochmal ganz kurz zum Fischen gehe, ich glaub, das war bei Minute 2 Ja, ja, 4400 Fische, jetzt haben wir 8800 Fische pro 0,4 Sekunde Das heißt, wir kriegen etwa 20.000 Fische pro Sekunde 42 Millionen Schuhe, äh, Boots sogar, nice Wow, das ist echt heftig und das natürlich dann auch, äh, sobald wir es senden, haben wir natürlich auch diesen Bonus Das ist echt, was ich echt cool finde Naja, das ist gut, wir können natürlich auch noch, ähm, wir können auch was craften, um natürlich den Wert der Secrets zu verbessern, ne Das ist entsprechend das hier Dafür bräuchten wir allerdings mehr von dem Refraktium Die Frage ist, haben wir noch ein anderes, ne, haben wir nicht, ne Wir haben sonst nichts, was uns das verbessern würde Würde man natürlich mehr, mehr geheim, mehr Wert bekommen, ne, von den geheimen Charakteren Ist es nicht verkehrt, sollte man vielleicht mal überlegen, es zu machen Ähm, da wir das jetzt haben Gehen wir zurück auf Rubine Wobei wir können natürlich auch weitermachen Und zwar den Dagger machen Ne, den Broken Dagger Wir sind bei 90 6,8 Millionen brauche ich Sollten wir hinkriegen Also, wie gesagt, sollten wir hinkriegen Ich glaube, das war eine Mastery gewesen Lass mich kurz gucken Ähm Wo war das? Hier, craft Broken Dagger to Level 100 Kriege ich drei Mastery Points Wir haben sogar schon ein paar Mastery Points dazu bekommen Ich habe 14 Hier sind wir scheinbar voll Nice Ähm Equipped Viking Horns Das werden wir auch gleich noch machen Das ist das beim Crusade Äh, Red Tank kommen wir auch gleich noch zu Final Desert Glitch Collected King X-Card Zu Set 4 komme ich noch gar nicht Upgrade Feaster Das hatte ich glaube ich schon Das verstehe Habe ich noch die Panzermine Hm, hm, hm Get 25 Gems from Hobbs Wo habe ich die 14 Die 14 Dinger bekommen Haben wir andere Sets Dass ich noch freischalten kann Nee Okay Dann haben wir 5 auf 14 neue Und da können wir weitermachen 10% mehr Miererdingen Nice Oh, ist das lecker 10% mehr Erze meinen Sehr, sehr nice Das werden wir uns nach und nach reinziehen Sehr schön So, hier haben wir weiter Ja, hier wollten wir schnell die Mindskater Mainskater noch Rubium Trinkets Wieso Ach nee, wir haben immer noch das Ding gemacht Wir craften immer noch Kupfer Wir bauen immer noch Kupfer Kupfer ab So, was haben wir hier 10 Chaotika Achso, den haben wir schon mitgenommen Ach genau, wir waren hier gewesen Wie bin ich auf das andere gekommen? Ich habe keine Ahnung Ach genau Verstehe ich auch nicht I don't know Wir können auf jeden Fall maximal Maximal die blauen Die blauen Bekommen Ach komm schon Achso, geht gar nicht Gut Das heißt also Wir haben jetzt hier eine Chance So 51% so ein lila Ding zu bekommen Und 38% Ein blaues Da Wir kriegen ganz viele blaue Und wenn die blauen vor sind Da kriegen wir so eine kleine Kugel Vom lila nennen Wird wahrscheinlich Entsprechend der Weile dauern Oh, wir können sie auch noch Erneu machen Nice Ding, 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 ding Ups Salah Und du Ihr seht wie einfach man das hier kriegt Aber du kommst natürlich auch mal zu Zu grün Na gut Dann kommst du zu grün Dann kommst du entsprechend zu uns Und den Akolythen kann ich auch schon Wow, okay Dann einmal ebenfalls du hierzu Maxlevel, sehr schön Sehr gut Wunderbar Gut Dann haben wir hier 10 Chaotic Entertainers Das Könnte man easy machen Das sind die Die Headless Entertainer Auf Chaotic Stufe Also auf der dritten Ups Dann würde ich sagen Guck ich währenddessen mal Uns die Kommentare an Und dann kriegen sie eine grüne Karte Habe ich 10 Mal, wa? Dann habe ich nicht genug Raid Tickets dafür Da habe ich nicht genügend Raid Tickets Aber es macht nichts Wir machen es trotzdem weiter Und in der Zeit Trinket sind die Items Die du fragtest Ist immer gut Ohne Bezug zum Video zu sagen Was ich da meinte Ich weiß nämlich Exakt nicht mehr Was er da meinte Ich bekomme Ich bin kein Troll Ich bekomme rotes Geld Habe alle Sequels freigestellt Ich bin in den letzten Kampfzone Brauchte 2,1 Milliarden Kills Um weiterzukommen Und habe 3.000 Enigmatic Booster Der Sequoia Gibt mir 3.030% Mit Kills Ich spiele jetzt schon Seit 160 Tagen Hat Enrico geschrieben Weil irgendwie Ein anderer meinte Er trollt Das habe ich ja nur vorgelesen So Na das heißt Die restlichen Raid Tickets Brauchen wir dafür Und wir kennen natürlich Wahnsinnig viele Von den Den 459.000 Haben wir schon wieder Sehr nice Das können wir in dem Fall nutzen Um unseren Autocast Zu verbessern Das ist das Was derzeit Öfters nutze So Wenn ich halt Regelmäßig eilen lasse So Das kann man also nicht Weiter machen Reach Grassl Glitch 30 Haben wir fertig Reach Desert Glitch 25 Mino 160.000 Erze Ohne ein Monster zu killen Kriegen wir am nächsten Mal Sicherlich locker hin 2107 Items In einem einzelnen Ascension Run Craften Das ist doch kein Problem gewesen Ansonsten haben wir nichts mehr Insane Haben wir nichts geschafft Und das hier haben wir auch Nicht geschafft Gut dann können wir jetzt In den Shop gehen Ich würde mir gerne Die Autoprogressions holen Die finde ich immer sehr wichtig Auch wenn natürlich die Schlüssel Auch super wichtig sind Aber das Autoprogressions Finde ich einfach für So ein Ascension mega wichtig Und einfach um die Die Glitches am Ende zu killen Deswegen würde ich hier ganz gerne Die Frage ist Wo bin ich gerade Ich bin glaube ich gerade beim Mist Genau Wir brauchen noch 25 Schlüssel Das würde ich tatsächlich ganz gerne Ganz gerne kaufen 15 Golddinger brauche ich dafür Ach komm Kaufs Kaufs So was haben wir hier noch Gems can drop from raids Ach siehste Gems Das ist ja auch noch ein wichtiges Thema gewesen Das wollte ich gleich am Anfang machen Sorry Leute Ich habe euch warten lassen Was das angeht Ja wir haben immer wahnsinnig viel zu tun Wir haben 126 Von den Bällen Und 117 Gems Wir merken uns Ich schreibe nochmal auf 117 Ups Notepad wird anders geschrieben So Und dann schauen wir mal Was passiert Wenn wir alle Kugeln gelauncht haben 123 Gems Haben wir schon So 125 Gems Und wir kriegen Karten Karten Vielleicht mal ab und zu Bälle dazu Wenn nicht verkehrt Wir haben eine Karte bekommen Noch eine Karte bekommen Nice Und Ah die Karte nicht bekommen Ah die Karte nicht bekommen Und wieder 24 Bälle Nice Uh Ein paar bekommen 10 Gems dafür dazu Okay Und ich klicke die ganze Zeit Weiter mit den Kugeln Ding 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 Wieder 8 Kugeln dazu Gerne mal in den rechten Bereiche Ja Gold Okay neue Bälle 16 neue Bälle Nehme ich gerne mit Ja Das war ziemlich nice Aber wir haben gar nicht so viele Gems bekommen Wie ich dachte Das war etwas traurig Und nochmal ins Portal rein Und geht wieder zurück zu Silber Nochmal ins Portal rein Genau Ah zum Diamanten Wow Ich bin schockiert Wir haben ja im Fall auch schon Ein Dings abgeschossen Eine Aufgabe Get a hoop score of 20 Also dass wir die Basketballe Da reingeschmissen haben Dann hatte mir auf jeden Fall Wir haben 57 Gems bekommen Bisschen deprimiert Bisschen wenig finde ich So Ihr schreibt immer viel zu viel Leute Wirklich Das ist Immer wenn ich es in einem Video mache Einfach viel zu much Garofone hat sie immer noch mal geschrieben Der dritte Kette Gut das hat man schon gehabt Warte hat man hier noch Und seitens ist es goldene Dinge gemeint Du hast Kickstart und Greedy Fisch Die Namen bringen dir halt nicht Wenn du es noch nicht freigeschaltet hast Ne ist es recht daneben Da wurde draufgezeichnet Alle Werben ist dem gemeint Der alte Schlüssel hat schon freigeschaltet Ne Wir müssen da erinnern Lila gibt es Ganz oben purple Dies und das und die Das heißt ein Trinket Was heißt ein Trinket Tinkering Und Skilltree Overcharge Achso die Skills Okay Ich kann dir garantieren Dass du zum Beispiel Für 1,5,10 bei Stärke Und so viele Stärkepunkte Brauchst wie für Level 1 Nein das hat der Zipelman Zum Beispiel auch noch geschrieben Und halt andere auch noch Dass es sinnvoll ist Das Startlevel doch tatsächlich Zu kaufen Hier bei den Rates Weil du dort Einfach doch mehr Mehr bekommst Als man denkt Wenn wir über mit Level 20 anfangen Am besten natürlich mal Achso das hat man schon Hier mit Level 20 Dann können wir das natürlich Gleich craften Hier Level 20 Und natürlich hier auch mal Ein bisschen höher kommen Wir brauchen genau die gleiche Anzahl An Punkten Um ein Level höher zu kommen Das heißt es kann nur Vorteile geben Wir fangen mit Level 20 an Wir brauchen aber genauso viele Oder etwas mehr Punkte Für Level 21 Als für Level 1 Oder Level 2 entsprechend Das heißt es ist super 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 praktisch Das zu skillen Ähm natürlich optimalerweise Das Mining denke ich Wir dort dann einfach schneller vorankommen Genauso wie das Smithering Das heißt wir brauchen Für mehr von diesen Pokalen Das war mein wichtiger Wichtiges Thema gewesen Ähm 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 Autoprogression für Desert Ähm Schwierig Schwierig So dann machst du gleich mal Octagon 2 Oh jetzt kann man Territisch durchlaufen lassen Oh jetzt hat er Wailer noch aktiviert Ähm Alle paar Sekündchen Machen wir jetzt äh Den Skill Das ist super Können auch meinetwegen hier mal machen Dieses Volt Wo wir 30 Sekunden Zeit haben Gegen dazu kehren Aber ich finde tatsächlich Mir bringt das ehrlich gesagt Nicht wirklich viel Das ist ein lächerliches Gold Was wir hier kriegen Und da muss ich echt meine Zeit mit verschwenden Finde ich immer ein bisschen schade Na aber selbst wenn es Irgendwie mal ein paar B-Millionen Gold sind Ihr seht Ich komm nicht mal zu den Billionen Gold Ähm Und die Zeit ist einfach schon wieder rum Na eigentlich Nicht so praktisch Lächerlich Kann man sich eigentlich schenken Und wir werden natürlich noch Durch ein Vom Ups Vom Tod abgelenkt Was auch nochmal Super super nervig ist So 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 Genau Hm Oder natürlich sowas Schwierig Schwierig Was ist denn die Desert Welche Stufe Das zweite gleich Gut wir kaufen's Komm wir machen's Maximum Alles gut Dann haben wir das wenigstens fertig Jetzt haben wir noch Silber Jeder Skill startet mit auf Level 1 Wie das Skill startet auf Level 2 Das heißt wir müssen keine Perks mehr ausgeben Das sind entsprechend diese Skills hier Ähm Die Claw zum Beispiel Oh hier ist ein Streifen Seht ihr den? Jetzt nicht mehr Da ist er Das ist der Streifen Wo mein Mauskos saß Hehehe Ähm Alles starten auf Level 1 Was ich gut finde Also Alle Perks Nur alle Skills Nicht alle Perks Alle Skills starten auf Level 1 Finde ich hier verkehrt Gucken wir auf jeden Fall Im nächsten Ascension mal Haben wir hier um was Zwei additional Crusaders Vor allen Dingen Das kann man uns auf jeden Fall sparen Da möchte ich gerne für Diese Schlüssel gehen Gems can drop from Raids Meinetwegen Kaufen wir uns davon mal eins Ähm Raids can drop Tickets 10% Chance Kultisten Das finde ich gar nicht verkehrt 20% Effizienz Und dann haben wir hier noch Ja Wie das gestartet Für 2 Warum nicht Bringt uns auf jeden Fall Ziemlich viel Ziemlich viele Punkte Die wir woanders investieren können Level 4 Level 5 Level Was mache ich Golddinger dafür Die Golddinger investiere ich nicht Oder nehmen wir doch das hier mit Cool Sehr nice Das heißt wir versuchen hier weiter zu kommen Selbstverständlich Äh Crusade Weiter geht's Ich habe hier ein paar mal Die Gegner gekillt Hab sie bekämpft Die kriegen Na haben wir ein bisschen mehr Haben halt immer noch so viel Leben Ich glaube den würde ich jetzt auch nicht down kriegen Uff 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 Bekommen Dass ich ganz gerne Etwas craften möchte Um weiter zu kommen Vom Vom Equipment her Die Frage ist Was haben wir so oft Dass wir das unendlich Super oft craften können Das zum Beispiel Wir kriegen hier allerdings Keine Okay wir kriegen dafür Keine Keine Belohnung Dafür allerdings schon Zack 25 Jetzt sind wir Level 8 Jetzt können wir die hier craften 4 Crusaders Die können wir gar nicht craften Warum nicht Weil ich 25 Lederhelme dafür brauche Alles klar Easy going Und dann kann ich einen Helm davon machen Das ist natürlich nice 25 brauche ich dafür 91 achso das gold habe ich auch noch gar nicht Das da wird No Und hier habe ich allerdings schon Das wäre doof Dafür haben wir zum Beispiel mal die 25 Helme Ähm Craften wir mal das 25 mal Level 9 Level 10 Das wäre vielleicht mal ein bisschen was craften Oh da haben wir einen neuen Sperr 2000 base damage Und crit chance Aber wir haben nicht Achso ich müsste hier wieder craften Ein paar mal Aber ich habe das schon ein paar mal Ich habe schon wieder keine Die items die ich dafür brauche Hier das da brauche ich Ah ist ja nervig Das ist ja ätzend Was kann man bei dem machen So wie wir auch erstmal craften Ja 6300 Dann kriegen wir noch nichts 6300 6300 Ja warum nicht Level 11 haben wir jetzt schon Level 11 haben wir hier etwas Neues dazu bekommen Das da 7200 mal Das da 7200 mal Warum nicht Kriegen wir Level 12 Und mit Level 12 kann ich eine neue Kettenweste machen Dieses habe ich schon Und diese Kugeln Die habe ich auch schon 50% Uh das ist aber gut Was bringt das hier Away Stärke XP Dafür mehr 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 Erze Nicht unverkehrt Oder Ist nicht unverkehrt Würde ich sagen 30% Erze Die wir meinen Dazu Und natürlich noch die Schilde dazu Die Kuppen wir Man kann ja nur besser werden Und dann können wir es gleich mal verbessern Das Ding Booster Multiplikator 10 Bonus Und ein Bonus von 1,3 Finaler Bonus von 13% Ich möchte bitte mehr Mutatoren machen Was brauchen wir denn dafür Da unten Alles klar Das passt schon Und dann machen wir Was haben wir hier noch Uh ein Boost Einen weiteren Booster Dafür brauche ich 15 davon Uiuiui Na gut Dann machen wir da mal ein paar Stück von Ich glaube hier muss ich ein paar von machen Um dann das hier craften zu können Was brauche ich dafür 1000 davon Von dem grünen Und 19.000 von den Blättern Und die können wir jetzt nutzen Um das weiter zu Verbessern Das Ding da Und dann können wir den Booster austauschen Gegen den da Den Mutator 25% Und ein Bonus von 0,8 Also schlechter geworden Schade Macht nichts Ähm Schon wieder schlechter geworden Das immerhin Um 0,3% besser So Das Ach ne Eigentlich Upgrade habe ich noch Na schlecht Also es hat mich nur Runtergezogen Der Mutator Wir haben jetzt allerdings Wie ihr seht Upgraden kann ich nicht mehr Das Ding macht jetzt 101% Maxschilde Und 60% Der Erze Die wir meinen Das ist also wahnsinnig Wahnsinnig viel Wenn wir mal wieder Zum Craften gehen Sind wir bei 42 Millionen Kupfer Ah Das ist noch nicht Fertig gewesen Vielleicht ist es ja viel 100% Maxschild Wer weiß das schon Und ihr seht hier 2,1 2,2 2,3 Und wir haben 76 Millionen Davon schon wieder Habe ich das Haben wir da Ist ja noch was gemacht Ah ich kann gar nichts mehr machen Ah Schlecht 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 Was haben wir hier noch Ein paar Millionen investiert Alles gut Gut Dann würde ich sagen Warten wir da einfach Wir haben 14 Perks Wofür haben wir 14 Perks bekommen Durchs Tinkern Machen wir hier auch mal Tinkering XP Ein bisschen höher Max Fight Bonus Das hier wollte ich machen Max Schilde Kann ich jetzt nicht mehr machen Mist Max Fight Bonus Na gut Dann warten wir auf die Max Die Max Schilde Noch mal dazu Wobei Brauchen wir Der Z tatsächlich gar nicht Dann über den Potion Brew Speed Ich wollte mir einfach ein bisschen vorankommen Ähm Im Craften 7700 7200 Welches Level brauche ich denn jetzt? Ich bin Level 12 Und brauche Level 14 Für die Halsbänder Und Level 13 dafür Okay Dann würde ich sagen Craften wir hier noch ein bisschen So Level 13 haben wir geschafft Kommen wir dazu 20% Kampf Kampf Bonus Und 25% Fisch Fische sammeln Kann ich das craften? Da fehlt wieder irgendwas Ja Da fehlen wieder Items Und zwar Das Flashline Machen wir das schon hier Von der Stufe Ah hier Das habe ich noch gar nicht Die Flasche fehlt mir noch Eieiei Okay Kann ich also auch noch nicht craften Das ist ja bedauerlich Jetzt brauchen wir hier was Oh was haben wir denn da? Ist das neu? Das ist neu ne? Das ist eine Waffe? Oder Also das ist ein Schwert Also ein Messer Ah Eine Zweitwaffe 15% Oh Das ist aber gut Jetzt haben wir zwei Waffen Ich würde ganz gerne Irgendwie mal hier was verbessern Aber leider geht das nicht Meteor Schaden Hm 20% Total Damage Wir können die langsam auch mal aufrüsten Ich glaube das ist sonst ein bisschen peinlich hier So Bei 105% sind wir Das heißt Wir haben jetzt dort Ein paar Stats Von 41% Total Damage Das heißt 20% mehr Wir sollten die jetzt also einfach Easy wegschreddern 66 bis 110b An Schaden Super nice Gut Leute Da würde ich sagen Wir sind schon bei 20 Minuten Wir machen auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was Machen da eine kleine kurze Pause Und wir sehen uns Bis dahin Ciao Ciao